Renata Lucin ist zurück. Die vergangenen Wochen waren für die Let's Dance Profitänzerin nicht leicht. Anfang des Jahres hatten sie und ihr Mann Valentin Lucin bekannt geben, dass sie ein Baby erwarten. Doch leider währte das Glück nur kurz, denn die Sportlerin erlebt zum bereits dritten Mal eine Fehlgeburt. Dennoch zeigte sie sich im Netz zuversichtlich, sie glaubt fest daran, eines Tages Mama zu werden. Mit dieser positiven Energie meldet sich Renata nun zurück auf dem Tanzparkett. Nach zweiwöchiger Pause ist letztendlich wieder zurück. Doch beim Showopener waren alle Augen erstmals nur auf Renata gerichtet. Die 35-Jährige rockte auf der berühmt-berüchtigten Tanzbühne und strahlte bis über beide Ohren. Die Zuschauer sind ganz aus dem Häuschen, wie sich bei Twitter zeigt, Renata tanzt superhot oder auch Renata ist zurück, freuten sich die User über das Comeback der Tänzerin. Renata möchte augenscheinlich nur noch nach vorne blicken. Denn über ihre Fehlgeburt spricht sie nicht gerne, wie sie zuletzt im Interview mit Bild verraten hatte. Vor allem, nachdem wir schon wussten, dass der Embryo abgegangen war und uns immer noch alle gratuliert und nach meinem Bauch gefragt haben. Da war mir meine Fehlgeburt irgendwie peinlich, hatte die Brünette erklärt. ledig ist meine Fehlgeburt. Ich danke für Sie und war da. W N websites entonces auch schon wann wirm debts sind. Ich habe Kostmann gewonnen, die Brünette erklärtete, und erinnere mich auf. Dann wäre das Schlegger Ghostboden.